Es ist schon wieder soweit. 26. bis 28. August. Experian Dazed. Powered bei Intel. Das Gamescom Wochenende. Und natürlich dieser Mann. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Jens, wie geht's dir? Drei Tage lang zocken. Drei Tage lang lustige Leute sehen. Drei Tage lang Spaß haben. Ich hab riesen Bock drauf. Es wird gut. Wir sind auch schon wieder im Experian. Da, wo die Magic passieren wird. Und ich hab gesehen, es hat sich schon wieder so ein bisschen was verändert. Noch mehr zum Zocken. Und vor allen Dingen sieht's auch noch mal ein bisschen schöner aus und ein paar neue Spinde. Wir zeigen euch mal, was ihr auf jeden Fall am 26. bis zum 28. August nicht verpassen solltet. Nämlich bei den Experian Dazed Powered bei Intel. Jedes Mal, wenn ich Leute hier herhole und sage, ey, guckt euch das mal an. Und hier könnt ihr einfach hinsetzen, spielen. Wie? Einfach so? Ich zahl keinen Eintritt, ich muss nichts anmelden. Nein, nein. Du setzt dich hin und spielst. Was? Alles. Alles. Egal was. Ey, die Arcade-Geräte, PCs, Konsolen. Egal was ihr seht. Die Streaming-Areas mit Greenscreens im Hintergrund. Man kann sich hinsetzen, lieber loslegen. Pac-Man, wie gut bist du im Pac-Man? Ja. Auch genau so gut wie ich. Okay. Muss ich drücken? Muss ich drücken? Aber ich hätte was Preview. Ihr seid die, ihr seid die, ihr seid die richtigen Profis. Wenn ihr wissen wollt, was ihr machen könnt, einfach vorbeikommen. Spielen ist sehr simpel. Ne, da stand Freeplay. Aber ist okay. So, ich mal weiter. Und auch das. Wir haben hier gerade einen Platz gesucht, wo wir zocken können, setzen uns hier hin. Und da habe ich hier einen Gaming-Rechner für 3.000 Watt Euro, den ich einfach mal antesten kann. Wie er wirklich funktioniert. Hörst du mich? Was? Es ist jetzt schon was los. Vorbereitung kann man schon fast so sagen, oder? Es wird auch ein Competition hier sein, richtiges E-Sports. Und vor allem fangen wir jetzt nicht nur an, wir machen die ganze Zeit weiter. So sieht es aus. Also ich weiß nicht, ob man das schon droppen darf, aber ja, das eine Team, was da hinten steht, spielt, die werden hier auch live spielen gegen das bestdeutschsprachige Team. Kann man sich denken, wer es ist? Wenn man es nicht weiß, einfach mal irgendwo reinschreiben. Also nicht? Nein. Ich bin alle gegen mich. Nein. Nein? Nein, wirklich nicht. Also ich habe gerade schon gewonnen. Und das war zum Aufwärmen. Aber nur gegen dich selbst, ne? 26. bis 28. August. Hier im Experience in Köln am Hansa-Ring. Es wird richtig geil, oder? Es wird richtig gut. Ich bin gespannt, ob ich eigentlich dieses Ding dann behalten darf. Ich spreche mal mit dem Besitzer, okay? Genau. Red mal mit dem. Seid dabei. Bis bald. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, die Melli und Dennis, Jens. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ihr da geplant habt, mega geil. Und ich würde sagen, ich bin auch dabei. Ich freue mich schon mega drauf. Und ihr zu Hause, ihr müsst entweder vorbeikommen, alle fleißig ins Experience pilgern oder natürlich auf den Streams einschalten. Es wird großartig. Also verpasst es bloß nicht. Bis dahin.